Die zu veräußernde gut gepflegte zweieinhalb-Zimmer-Dachgeschosswohnung befindet sich in München. Das im Jahr 2001 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Einbauküche. Die Dachgeschosswohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 104 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 598.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017